Else Uri Nesthäkchen fliegt aus dem Nest Erstes Kapitel Lieb Vaterhaus, ade! Doktors Nesthäkchen geht fort von Haus. Sie wird eine Studierte. Die stille Straße in Charlottenburg heilte wieder von dieser Neuigkeit. Beim Milchholen hatte Hanne Dr. Brauns langjährige Köchin es erzählt. Denken Sie bloß, so ne Verriggtheit, jedem Eltern, was ihre einzige Tochter ist, fort in die Fremde an eine Universität, als Opfer in Berlin kenne nicht haben tun, und denn so'n Unsinn, was unser Nesthäkchen ist, vor die wär's tausendmal gescheiter, wenn sie bei mir in die Lehre jähnt hätte und nen anständigen Bratentät machen lernen, was hat det Wurm nicht alles schon zum Abitientenexamen oder, wie das olle Ding nur heißt, in seinen Kopf reintrichtern müssen, mehr als zu viele, und wees vor lauter je Lehrsamkeit nicht, wenn's Wasser kocht. Nee, bei mir sollt's sie lieber studieren und sich belernen. So machte Hanne in Grimmich ihrem Herzen Luft. Die Milchfrau verschenkte die Neuigkeit mit ihrem halben Liter Milch zugleich den einholenden Dienstmädchen. Die trugen die Nachricht mit ihrem Henkelkorb geschäftig weiter. Bald wusste man's im Grünkramkeller, beim Schlechter, im Bäckerladen und beim Kohlenmann. Dr. Brauns Nesthäkchen geht fort von Haus, sie wird eine Studierte. In die Portierlogen und in die Herrschaftswohnungen drang die Neuigkeit, denn die stille Straße war wie eine kleine Stadt für sich. Einer kannte den anderen. Und nun gar Drs Nesthäkchen. War doch ihr Vater, der beliebte Arzt, fast in jedem Hause ein Helfer in Krankheitsfällen. Und sein lustiges Nesthäkchen, das kannte man von klein auf, als es noch blondlockig den Puppenwagen mit der zahlreichen Puppenfamilie durch die Straßen schob. Dann, etwas später, mit den beiden kurzen Rattenschwänzchen, die Schulmappe auf dem Rücken, mit keckem Backfischzopf im Flügelkleide untergeärmelt mit einem halben Schock Freundin und schließlich zur kleinen Schönheit erblüht als junge Dame. Diejenige, um die sich die ganze Aufruhr in der Straße drehte, ahnte nichts davon. Anne-Marie Braun stand in ihrem netten Mädchenstübchen und schaute mit strahlenden Blauaugen in den Spiegel. Das war sonst nicht Nesthäkchens Art. Ein Spiegelaffe war die Anne-Marie nicht, trotzdem sie hübsch genug dazu war. Aber heute mußte sie doch sehen, wie man ausschaut, wenn man 19 Jahre alt ist. Der 8. April, ihr Geburtstag. Von jeher hatte er eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt. Heute aber war er von ganz besonderer Bedeutung, hatte er doch die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches gebracht. Nichts weiter hatte sie sich zu ihrem heutigen Geburtstag gewünscht als ein gemeinsames Studienjahr mit den Freundinnen in Tübingen. Es war nicht so einfach gewesen, diesen Wunsch bei den Eltern durchzusetzen. Weder Vater noch Mutter wollten etwas davon wissen, ihr Nesthäkchen in die Fremde zu lassen. Denn trotz ihrer 19 Jahre war Anne-Marie noch immer das Nesthäkchen der Familie, ihre Lotte, wie die Eltern sie noch heute zärtlich nannten. Von ihrem Sonnenschein sollten sie sich trennen, der das ganze Haus hell und strahlend machte? Undenkbar! Dr. Braun war durchaus Hannes Ansicht, dass Anne-Marie genauso gut die Universität in Berlin besuchen konnte. Denn von klein auf war es schon ihr Wunsch gewesen, Assistentin in Vaters Klinik zu werden und ihm einmal in seiner anstrengenden Praxis zu helfen. Na ja, Vater hatte durchaus nichts dagegen, dass sein Nesthäkchen ihm in seinem ernsten Beruf für etwas Sonne hineintrug. Er freute sich schon auf die Zeit, wo sie gemeinsam mit ihm arbeiten würde. Aber wozu in die Ferne schweifen, wo das Gute so nah lag? Konnte sie bessere Anleitung zu ihren medizinischen Studien haben als durch den Vater? Auch die Mutter stand insofern auf Hannes Seite, als sie die Notwendigkeit einsah, dass Anne-Marie sich nun endlich auch einmal in der Wirtschaft betätigen müsse. Solange das Mädel in der Schule und auf dem Gymnasium gewesen, hatte es dazu keine Zeit gehabt. Wollte es wirklich mal am Wäschetag helfen, dann hatte die gute Hanne sicherlich schon alles im Voraus getan. Ihr Kind sollte doch keine Last haben. Dadurch war Nesthäkchen aber wirtschaftlich so unerfahren wie ein neugeborenes Kind. Wenigstens behauptete die Mutter das unter lebhaften Protesten des Fräulein Tochter. Ja, Mutter war dafür, dass Anne-Marie sich das Sommerhalbjahr über tüchtig im Haushalt tummeln und erst zum Winter mit dem Studium beginnen sollte. Die körperliche Arbeit war ihr nach der geistigen Anstrengung des Abituriums durchaus dienlich. Und vor allem einen Blaustrumpf wollte Frau Dr. Braun nicht zur Tochter. Aber was sind alle reiflichen Überlegungen, alle Vorstellungen der Eltern, den Bitten, dem inständigen Flehen, den Lebkosungen und bettelnden Küssen des Töchterchens gegenüber? Nesthäkchen hatte es mal wieder durchgesetzt, wie schon öfters. Marlene Ulrich und Ilse Herrmann, ihre beiden Freundinnen, mit denen sie zusammen das Abiturium gemacht, durften doch auch. Warum sollte sie dann nicht nach Tübingen? Und Hans, der Älteste der Braunschensprösslinge, der bereits Referendar war, hatte doch auch in Freiburg studiert. Na ja, Klaus, der Zweite, der hatte ja in Berlin die Landwirtschaftliche Hochschule besucht. Aber jetzt wollte er doch auch ein Jahr praktisch auf einer Domäne in Pommern arbeiten. War sie schlechter als die Jungen? Was? Vater meinte, es kostete zu viel, ein Studienjahr außerhalb. Iwo! Schrecklich billig war's. Annemarie hatte bereits mit Marlene und Ilse genau überlegt, wie man am besten sparen und sich alles am preiswertesten einrichten könnte. Und war's trotzdem noch zu teuer? Na, das konnte Vater ihr ja später von ihrem Gehalt abziehen, wenn sie erst seine Assistentin war. Allen Einwendungen wußte die 19-jährige Logik unwiderlegbar zu begegnen. Bis heute Morgen auf dem Geburtstagstisch wirklich ein großes, von Klaus in grellen Farben gemaltes Plakat geprankt hatte. Ein Studienjahr in Tübingen. Hurra! Durch das ganze Haus hatte Nesthäkchen ihr Glück verkündet. Puck, das weiße Zwerghündchen, beteiligte sich lebhaft an diesem Jubelausbruch. Es war ein Radau, das Hanne mit dem Eierschläger und Minna, das Hausmädchen mit dem Besen bewaffnet, ebenfalls auf der Bildfläche erschienen, um zu sehen, was es denn gäbe. Gewiss freute sich ihr junges Fräulein so über das neue Sommerkleid oder den entzückenden Hut, den Minna am liebsten selbst mal vor dem Spiegel aufprobiert hätte. Denn dem ollen fetzen Papier, den der Herr Klaus bemalt hatte, konnte doch unmöglich diese Freude gelten. Hanne und Minna, die hatten beide Strömen von Tränen vergossen, als sie von Hause fortmachen mussten. Inzwischen erdrückte Annemarie die Eltern beinahe mit ihren Dankesbezeichnungen, denn sie war heute noch genauso ungestüm und impulsiv wie früher als kleines Nesthäkchen. So sehr freut sich meine Lotte von uns fortzukommen, fragte der Vater halb im Ernst, halb im Scherz. Ach, Vatchen, einmal ist man doch nur jung und Reisen gehört zur Bildung. Das erweitert den geistigen Horizont. So ein Studienjahr zu Hause ist traurig. Seine eigene Studentenbude muss man haben. Wir nehmen alle drei zusammen ein Zimmer. Das wird ein Gaudium werden. Annemarie hätte bei einem Haar einen Luftsprung vollführt, wenn sie sich nicht zum Glück noch rechtzeitig daran erinnert hätte, dass solch eine Art von Freudenbezeichnung mit 19 Jahren, wo nicht ganz im Einklang stände. Zu ernsten Studienzwecken wollen wir dir ein Universitätsjahr bewilligen, damit du mal meine Assistentin werden kannst, Lotte. Nicht des Gaudiums wegen, meinte Dr. Braun lächelnd, sich heimlich an der Freude seines hübschen Töchterchens weidend. Aber natürlich, dafür sorgt schon Marlene. Die ist eher puzzelig. Ilse ist auch mehr für Fidelitas als fürs Studium. Ja, dass Marlene Ulrich dabei sein wird, ist mir eine rechte Beruhigung, Lotte. Die Mutter warf einen besorgten Blick auf ihr Kind, als ob es sofort gelte, ihr Küklein aus der treuen Gluckenobhut zu entlassen. Marlene ist zuverlässig, überlegt und verständig. Sie muss es für dich spring ins Feld mit sein. Na, ob nicht, für Ilse auch gleich mit. Die sagt sowieso zu allem, was Marlene tut. Ja und Amen. Die beiden hätten überhaupt nur ein Mensch werden sollen. Mit hellblonden und schwarzen Locken zur gefälligen Auswahl mischte sich Klaus, der Student, das Kauen seines Frühstücksbrot zu unterbrechen hinein. Nee, blond und schwarz gibt braun. Aber merkwürdig, sobald der Name Ilse fällt, wird Klaus lebendig, zog die Schwester ihn auf. Piepvogel! Klaus tippte weniger höflich als deutlich gegen die Stirn. Aber sein frisches Gesicht wurde doch um eine Schattierung röter. Ach, seht bloß mal, der Klaus wird rot wie ein Backfisch, wenn von seiner ehemaligen Tanzstundenflamme die Rede ist, setzte Nesthäkchen ausgelassen die Neckerei fort. Von klein auf stand sie mit Klaus auf Kriegsfuß. Allerdings, seitdem sie erwachsen waren, hatte derselbe harmlose Neckformen angenommen. Du Kleines, ich mache mein Geschenk wieder rückgängig, wenn du frechdachsig bist. Heute hast du dich doch wenigstens anständig zu verhalten, lachte der Bruder. Hast recht, mein Söhnchen, du hast dich mit der Hauptmannbiografie für einen arbeitslosen Studenten wirklich genügend angestrengt. Da will ich nicht undankbar sein. Nesthäkchen gab das Wortgefecht auf und wandte sich dem reichen Gabentisch zu. Da war der mit bunten Blumen bemalte Geburtstagsring, der schon des kleinen Nesthäkchens entzückend gewesen, als nur zwei oder drei Lichte darin aufflammten. Von Jahr zu Jahr war einst dazugekommen und heute erstrahlte er in zwanzigflammigem Schein. Denn das große Lebenslicht in der Mitte flackerte am lustigsten. Was hatten die Geburtstagslichter aber auch alles zu bestrahlen? In der Mitte Hannes Nesthäkchentorte, die alljährlich in erneuerte und wenn möglich noch verbesserte Auflage erschien. Trotzdem Annemarie auf alle anderen Wünsche zugunsten des einen verzichtet hatte, hatte Elternliebe das einzige Töchterchen reichlich bedacht. Praktische und Luxusgegenstände gab es da. Oh, Seligkeit, einen Koffer, Wäsche, Bücher, Schokolade und Wirtschaftsschürzen. Annemarie betrachtete Letztere mit nachdenklichem Gesicht. Sie wusste nicht recht, wann dieselben ihre Verwendung finden sollten. Das Vernünftigste war eigentlich, sie verteilte sie unter Hanne und Minna. Die Mutter war ihrem Blick gefolgt. Ich hoffe doch, dass die Schürzen auch noch mal zu ihrem Recht kommen werden, Lotte. Gern lasse ich mein Kind nicht zu hauswirtschaftlich unerfahren ins Leben hinaus. Für Tübingen langt's schon, Mutzi. Wenn's dich beruhigt, kann ich ja eine der Wirtschaftsschürzen mitnehmen. Ha, 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 unser Kleines will mit der Wirtschaftsschürze anstatt mit dem Terewis die hohe Schule zu Tübingen beziehen. Hans, der Ältere, hatte im Eintreten Annemaries Worte gehört. Klaus fiel in sein Gelächter ein. Ihr braucht gar nicht zu lachen, ihr Schlauköpfe. Zum Studieren brauche ich die Schürze natürlich nicht. Für die praktischen Arbeiten sind die weißen Kittelschürzen hier. Aber unser Kleeblatt wird sich morgens und abends selbst beköstigen, um zu sparen. Wenn wir uns mal Rühreier oder sowas machen, ist solch unkleidsames Möbel vielleicht ganz gut am Platze. Eine Schürze reicht für uns alle drei. Na, guten Appetit. Wenn drei Blaustrümpfe den Kochlöffel schwingen, so wird was Gutes rauskommen, begann jetzt auch der Referendar, die Schwester aufzuziehen. Bitte sehr, Ilse kann kochen. Die hat schon öfters einspringen müssen, wenn Baurat Hermanns kein Mädchen hatten, verteidigte Annemarie sich. Siehst du, Lotte, Ilse ist tüchtiger als du. Die hat trotz des Gymnasiums auch noch Sinn für weibliche Tätigkeit gehabt. Ganz bekümmert sah Frau Dr. Braun drein. Geliebte Mutz, du brauchst nicht so betrübte Augen zu machen über deine missratene Tochter. Annemaries lachendes Gesicht zeigte keine Spur von Beeinträchtigung. Marlene Ulrich weiß auch besser, mit chemischen Säuren zu kochen, als mit Zitrone und Essig. Und die hältst du mir doch von jeher als das Muster aller Tugenden vor. Übrigens, es sind ja noch acht Tage bis zur Abreise. Da kann ich noch schrecklich viel in der Wirtschaft lernen und gleich eine der Schürzen einweihen. Na, Lotte, was du in 19 Jahren nicht gelernt hast, wirst du schwerlich in dieser letzten Woche noch nachholen. Der Vater blickte belustigt von seiner Zeitung auf. Was soll das nur werden, wenn du dich mal verheiratest? Der arme Mann tut mir jetzt schon leid. Das war natürlich Klaus. Dein Mitleid ist überflüssig, mein Junge. Um zu heiraten, studiere ich nicht. Ich habe genug von euch Männern. Wenn die anderen Exemplare auch so sind wie du, Klaus, ergebe ich mich lieber dem Zölibat. Ich werde Vaters Assistentin. Basta! Ein Mann, ein Wort, Lotte. Vater hielt seinem Mädel die Hand hin. Eine Frau, ein Wort. Nesthäkchen schlug, ohne zu überlegen, ein. Also abgemacht. Vor Zeugen sogar. Dr. Braun erhob sich, um seine Praxis aufzunehmen. Auch für Hans war es Zeit zum Gericht. Klaus hätte auch eigentlich ins Kolleg müssen. Aber er hielt den Geburtstag der Schwester für eine würdige Veranlassung, dasselbe zu schwänzen. Für allzu viel Arbeit war Klaus von jeher nicht. Trotzdem Annemarie, wie sie ein sorglos unbekümmertes Temperament besaß, waren Mutters Worte doch nicht ganz wirkungslos an ihr abgeprallt. Sie war ja den Eltern heute so dankbar. Und aus diesen Empfindungen heraus wollte sie gern jeden Einzelnen so froh stimmen, wie sie es selbst war. Und ihre Mutzi vor allem. Mutzichen, ich gehe jetzt in die Küche und helfe der Hanne. Sie backt Pfannkuchen zum Geburtstagskaffee. Und das Rostbeef könnte ich auch heute Mittag vielleicht machen, schlug sie eifrig vor. Der Himmel bewahre uns in Gnaden, Klaus faltete die Hände und blickte mit verdrehten Augen zur Stubendecke empor. Auch Mutter machte ein nachdenkliches Gesicht. Sie mochte den Geburtstagskuchen und den Braten nicht gern preisgeben. Lotte, heute ist wirklich kein Tag dazu, deine wirtschaftlichen Studien zu beginnen. Es können doch Gratulanten kommen. Wenn du in einem Jahr wieder daheim bist, dann magst du das Versäumte nachholen. Annemarie war durchaus einverstanden. Es war entschieden vergnüglicher, sich mit seinen Geschenken zu freuen, als Küchennudel zu spielen. Bald kamen auch Gratulanten. Zuerst die Großmama. Die stand, nachdem sie sich all ihrer guten Wünsche, all der zärtlichen Küsse und des fotografischen Kodak-Apparates, den Annemarie sich seit Jahren gewünscht und der heller Begeisterung der Enkelin entledigt hatte, kopfschüttelnd vor dem Geburtstagstisch. Was bedeutet denn diese geheimnisvolle Inschrift? Sie schaute durch ihre Lornette fragend auf Klaus Kunstprodukt. Geheimnisvoll? Das ist doch klar wie Kloßbrühe, Großmuttchen. In acht Tagen geht's nach Tübingen auf die Universität. Juchu! Annemaries lauter Juchzer ließ die alte Dame erschreckt zusammenfahren. Was? Großmama traute ihren Ohren nicht. Fortgeben wollt ihr euer Kind, Elsbeth? Mit verständnislosem Blick wandte sie sich an ihre Tochter. Ja, was sollen wir denn machen? Das Mädel gibt ja keine Ruhe. Nun mag sie mal sehen, wie es ihr anderswo gefällt. Leicht wird es uns nicht, unser Nesthäkchen vorzulassen, setzte Frau Dr. Braun leise hinzu. Ich verstehe euch nicht. Ein Mädchen gehört ins Elternhaus. So war's zu meiner Zeit Sitte. Und das war eine gute Sitte. Nicht genug, dass unser Kind studieren soll. Nun auch noch auf einer anderen Universität, wie ein Student. Was sind das für Zeiten? Großmamas missbilligendes Kopfschütteln galt aber weniger den schlechter gewordenen Zeiten als der bevorstehenden Trennung von ihrem Herzblatt. Großmuttchen, du kannst dich mit unserer Hanne zusammentun. Die resoniert auch schon den ganzen Morgen, dass ich fort will. Knapp, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert hat. So furchtig ist sie. Recht hat sie, die treue Seele. Solch schlechter Geist empfindet oft das Richtige. Großmama früchte die Stirn und selbst der Enkelin zärtliche Finger vermochten die Falten nicht ganz fort zu streicheln. Noch eine schloss sich der Gegenpartei, Großmamas und Hannes ablehnender Kritik an. Das war Großmamas Schwester, Tante Albertinchen, mit den Pudellöckchen. Das war die dritte im Bunde. Ihre weißen Löckchen wippten vor Erregung über jedem Ohr auf und nieder. Nein, wie konnte ihre Nichte Elsbeth nur dazu ihre Einwilligung geben? Das Kind schutzlos, allein in der großen Welt. Was für Gefahren lauerten da auf Schritt und Tritt. Tante Albertinchen zog bereits ihr Taschentuch hervor, um ihrem armen Großnichtchen, das von den Eltern unbegreiflicherweise ins sichere Verderben hinausgelassen wurde, einige Tränen zu zollen. Es kamen aber auch Gratulanten, die Annemarie's Jubel durchaus begreiflich fanden und freudig darin einstimmten. Das waren natürlich in erster Linie die beiden Reisegenossinnen Marlene und Ilse. Die blonde Ilse brach ebenfalls, als Annemarie sie ohne weitere Erklärung vor das inhaltsvolle Plakat führte, in begeistertes Hurra aus. Ihre Cousine und Busenfreundin Marlene, die bei weitem Ruhigere aber umschlang Annemarie und sagte aus vollem Herzen, »Au, fein!« »Heute, in acht Tagen, sind wir schon unterwegs. In Stuttgart sollen wir Station machen,« meint mein Vater. »In einer Tour sei die Reise zu anstrengend. Kinder, ich freue mich ja diebisch!« Ilse küßte abwechselnd Annemarie und Marlene. »Mir auch einen!« Klaus steckte seinen Kopf dazwischen. Er erhielt aber nur einen Nasenstüber. Der Student stand mit sämtlichen Freundinnen der Schwester auf Neckfuß und duzte sich mit ihnen noch aus der Kinderzeit. Annemarie behauptete sogar boshafterweise, dass er in eine nach der anderen verschossen gewesen sei, immer abwechselnd. Aber wenn die Reihe um war, kehrte sein leicht entzündbares Studentenherz doch immer wieder zu Ilse Herrmann zurück. Marianne Davies, die ebenfalls mit den drei Mädeln zusammen das Gymnasium besucht hatte, sah mit geteilten Gefühlen die Zukunftsfreude der drei Glücklichen. Ihr rundes Gesicht unter dem braunen Haar blickte wie der April-Tag draußen herein. Halb Regen, halb Sonnenschein. Sie gönnte ja den Freundinnen das gemeinsame Studienjahr in Tübingen, aber freilich, nur, nur, sie wäre eben auch gar zu gern dabei gewesen. Ihre Eltern hatten nichts davon wissen wollen, Marianne studieren zu lassen. Chemische Laborantin sollte sie werden, dazu brauchte sie nur eine anderthalbjährige, fachmäßige Ausbildung. Bis jetzt war Marianne mit diesen Zukunftsplänen auch durchaus einverstanden gewesen. Nur heute, da die anderen drei die Schwingen regten zum selbstständigen Fluge in die Welt hinein, kamen sie sich wie ein im Bauer gefangenes Vögelchen vor. Dabei blieben doch die beiden Kränzchenschwestern Margot Thielen und Vera Burkhardt ebenfalls daheim. Margot, die in demselben Hause mit Brauns wohnte, konnte den Jubel der Freundinnen gar nicht begreifen. Oh Gott, schrecklich wäre es ihr, wenn sie ohne Vater und Mutter allein in eine fremde Stadt müßte. Todkraulen würde sie sich. Wie konnte die Annemarie sich nur so freuen? Vera Burkhardt, Annemaries Intima, hatte die Freundin nur schweigend geküsst. Dann hatte sie sich schnell zum Fenster gewandt, damit Annemarie es nicht merken sollte, dass ihr die bevorstehende Trennung Tränen in die Augen trieb. Annemarie aber brauchte die glänzenden Tropfen an den langen schwarzen Wimpern der Freundin nicht zu sehen. Die empfand es auch ohne dies, dass Vera betrübt war. Werachen, ein Jahr ist ja gar nicht so lang und wir schreiben uns oft. Denk mal, wie fein das ist, wenn ein dicker Brief aus Tübingen kommt. Marlene, Ilse und ich, wir schreiben immer abwechselnd, ja? Und du schickst mir fotografische Aufnahmen, damit ich sehe, was für Fortschritte du in deiner Kunst machst. Wenn ich wiederkomme, hast du vielleicht schon ein eigenes Atelier. So versuchte Annemarie, die Freundin aufzuheitern. Veras zartes Gesicht aber sah noch bleicher aus als gewöhnlich. »Ein ganzer Jahr ist schrecklich lang für mir«, gab sie mit unterdrücktem Seufzer zurück. Die in Polen gebürtige Stand mit der deutschen Sprache, trotzdem sie schon jahrelang eine deutsche Schule besucht hatte und trotzdem Annemarie Braun ihr Selbstnachhilfestunden erteilt hatte, immer noch auf Kriegsfuß. »Wir sind die acht Tage bis zu meiner Abreise doch recht viel zusammen, Wehrachin. Du musst dich für meine einstigen deutschen Lektionen revanchieren und mir Unterricht in der Handhabung meines neuen Kodaks von Großmama erteilen. Dann schicke ich dir von jedem Ort, den ich kennenlerne, Aufnahmen.« Annemaries munterem Geplauder konnte Veras niedergedrückte Stimmung nicht standhalten. Den Rest derselben tilgten die lustigen Späße der Brüder und die Berge von Pfannkuchen, die ihr vom Kaffeetisch entgegenlächelten. Abends bei der Maibuhle, die man dem Wonnemonat vorwegnahm, stieß man klingend auf das Studienjahr der drei Getreuen, wie Dr. Braun sie nach dem Frenzenschen Buch titulierte, an. Tante Albertinchen weigerte sich zwar, darauf ihr Glas zu erheben, denn sie fand noch immer, dass es Gottversuchen hieße, Nesthäkchen in die Fremde zu lassen. Margot Thielen, die ausrief, »Kinder, mir könntet ihr Gott weiß was versprechen, dass ich mit sollte. Gottlob, dass ich hier auf der Kunstgewerbeschule bin und nicht von Haus fort muss,« gewann die ganze Sympathie des alten Tantchens. Das war doch noch ein vernünftiges Mädchen, nach gutem, altem Stil von den modernen Freiheitsgelüsten der heutigen Jugend nicht angekränkelt. Annemarie aber rief lachend, »Natürlich, Tugendschäfchen muss in seinem Stall bleiben. Da draußen in der Welt könnte der böse Wolf kommen und es fressen.« »Ja, Tugendschäfchen weidet auf der Heimatflur.« »Die Welt draußen ist zu klein für solch ein Übermaß an Tugend.« Auch Marlene und Ilse beteiligten sich an Annemaries Foppereien. »Tugendschäfchen«, diesen Beinamen hatten die ausgelassenen Backfische der einst der braven Margot zugedacht und sie hatte denselben auch stets mit Humor ertragen. Heute aber, in Gegenwart von Annemaries Verwandten, war Margot dieser Ehrentitel doch ziemlich peinlich. Großmama, welche die Verlegenheit des jungen Mädchens gewahrte, meinte mit liebenswürdigem Takt, »Ich wünschte, Annemariechen, du wärst auch solch ein Tugendschäfchen, dann behielten wir dich hier.« »Zu meinem nächsten Geburtstag bin ich wieder da, Großmuttchen, schon wegen der Geschenke«, tröstete die Enkelin sie. »Wer weiß, wer da noch lebt«, lächelte die Großmama. Auch Tante Albertinchen nickte wehmütig vor sich hin, als gelte es ein Abschied für immer von Doktors Nesthäkchen. Und ihre Pudellöckchen nickten wehmütig mit. Nesthäkchens neunzehnter Geburtstag, der von einschneidender Bedeutung für ihr Leben geworden war, ging vorüber wie jeder andere Tag. Und die Woche, die nun folgte, ging noch viel schneller dahin. Denn solch eine Reisewoche hat unzählige Beine. Man weiß vor lauter Einkäufen und Vorbereitungen nicht, wo sie geblieben. Ehe man sich's versah, kam der Tag heran, wo Doktors Nesthäkchen aus dem heimatlichen Nest fliegen sollte.